so auf geht's in eine neue folge nebenwerte check mit sascha gebhardt das erste quartal ist rum und sascha gebhardt unser fundamental experte für nebenwerte hat auch heute wieder drei spannende nebenwerte bzw interessante sektoren mitgebracht die zuletzt thema im trading service stockfree trade made oder in einer premiumanalyse bei stockfree plus waren und ja sascha endlich mal korrektur erläuft es dir zu gut bei den nebenwerten zuletzt hast sich ja immer eher beschwert gehabt und heute früh durfte ich dann überrascht in deinem stream in deinem stream auf stockfree lesen ja endlich korrektur ja gut also ich meine das betrifft ja hauptsächlich auch die großen indizes wie jetzt den dax oder den s&p 500 jetzt bei den nebenwerten ist die korrektur noch ein bisschen verbrüht würde ich sagen aber ja es zeigt sich jetzt bei einzelnen aktien durchaus auch eine stabilere tendenz dann auch mal in den letzten wochen gibt zwar immer noch viel hin und her auch bei einzelwerten dass sachen auch schnell wieder abverkauft werden aber ja mal schauen ob diese stabilisierung im nebenwerte bereich jetzt auch wie wir sehen zum beispiel im s dax jetzt auch sehen der jetzt ein bisschen nach oben ausgebrochen ist ob da ob da jetzt auch mehr kommt als wir bis jetzt gesehen haben ja sehr gut zumindest hast du einen grünen pulli an ich auch einen in der art grünen dann schauen wir mal was die börse heute macht um 14 30 gibt es ja arbeitsmarkt daten in den usa da wird dann der ganze markt mal drauf schauen aber wir springen mal zum ersten sektor der dieses jahr ja wieder mal sehr sehr gut läuft rüstungsaktien so traurig wie es auch ist er ganz vorne dabei eine rheinmetall im dax mit 85 prozent hier zu date eine hin soll kommt auch 75 prozenten renk hat er sich zwischenseitlich seit dem ipo auch mehr als verdoppelt ich habe aus auf stock free eine alternative aus den usa vorgestellt jetzt nicht mit dem tod anderer verdient aber dennoch so ein verteidigungskarakter hat aber jetzt mal zu den rüstungsaktien meinst du muss hier mal luft abgelassen werden die auftragsbücher sind ja auf mehrere jahre schon voll und ja skalierbar ist das geschäftsmodell jetzt eigentlich nicht ja ich habe mir jetzt einige von den rüstungsaktien die deutschen jetzt speziell natürlich angeschaut und ich habe jetzt auch einen artikel geschrieben jetzt zu renk ich berichte auch regelmäßig über hensold und habe auch mehr die rheinmetall wird immer wieder angeschaut habe bei rheinmetall ja mehrfach auch positive artikel die letzten monate jetzt geschrieben jetzt ich sehe das ganze thema jetzt nicht ganz so emotional ich schaue halt da mehr oder weniger hauptsächlich auf die zahlen und da muss ich sagen ne renk ist jetzt bewertungstechnisch die ist ja fast auf 40 euro gestiegen also jenseits von gut und böse meines erachtens bewertet aber der markt ist eben sehr eng und wenn man sich anschaut dass so ein nebenwert wie renk der eigentlich in keinem der großen indizes ist dann immer bei den meistgehandelten aktien auf trade geht oder lang und schwarz dabei ist dann weiß man schon dass man sich da irgendwo auch im halb befindet ich habe mir die zahlen jetzt mal durchgerechnet da kommt man jetzt für dieses jahr auf ein kgv von 40 bis 50 irgendwo das ist schon sehr ambitioniert und was mir jetzt weniger gefallen hat muss ich auch ganz ehrlich sagen ist die kommunikation von renk weil die haben jetzt in ihrer pressemitteilung gesagt sie haben im letzten jahr ein ebit von 150 millionen euro erzielt und wenn man dann in den bericht schaut stellt sich dann heraus dass man nur ein ebit von 89 millionen euro erreicht hat und sich bei den 150 millionen um eine stark bereinigte kennzahl handelt die haben das aber gar nicht jetzt auch in ihrer pressemitteilung jetzt erwähnt dass es sich um eine bereinigte kennzahl handelt also da ist auch die kommunikation jetzt so ein bisschen schwierig ich weiß nicht wer das bei denen da so steuert aber es ist auch klar triton hält ja immer noch die mehrheit bei renk dass die absehbar dann auch ihre beteiligung natürlich auch deutlich reduzieren wollen oder ganz raus wollen und wenn man jetzt mal seit dem ipo termin so sechs monate rechnet oder neue aktien verkauft werden könnten würden wahrscheinlich gegen august würden dann um platzierung bei renk dann neue kommen renk heute stärker unter druck es gab jetzt auch ein paar abstufungen heute auch eine abstufung mal bei einer hensoldt die ich auch bewertungstechnik für ziemlich ausgereizt halte auf unbereinigter basis jetzt kommen die jetzt auch auf dem 40er kgv da muss man sich jetzt auch langsam fragen trotz voller auftragsbücher wo ist da dann mal das ende der fahnenstange erreicht und lustigerweise ist die rheinmetall mit abstand die günstigste aktie im sektor dann wenn man jetzt rein auf deutschland schaut die kommen jetzt auf dem 25er kgv wachsen auch sehr sehr stark wachsen sogar stärker auch als deutlich stärker als eine renk oder eine hensoldt und ja da ist meines erachtens absolut momentan noch die meiste substanz dann vorhanden ja sehr gut ich sehe es auch hier so im chart gerade ja ist jetzt eine wichtige unterstützung die jetzt halten muss so um die 30 euro rum natürlich auch psychologische marke wenn es nicht der fall sein sollte könnte es erst mal ja in richtung 29 50 runtergehen und da muss man schauen aber wie du schon gesagt hast die aktie ist fundamental sehr teuer wird natürlich regel gehandelt der gesamte sektor da gibt es natürlich auch profiteure da sprechen wir dann auch ganz zum schluss noch darüber aber ich würde sagen kommen wir zum nächsten thema zur wochenmitte gab es ja ein erdbeben in taiwan und ja da wurde natürlich der weltweit größte chip hersteller taiwan semiconductor auch ein bisschen ja getroffen musste den betrieb für ein paar stunden einstellen aber laut taiwan semiconductor da ist ja die sind die auswirkungen der impact erhält sich in grenzen auch wenn wieder sagt dass es da keinen einfluss geben wird glücklicherweise sind da nicht viele menschen umgekommen du hast ja heute auch einen artikel zu samsung veröffentlichten auch ein micron technologies hat zuletzt er gecovert gehabt dies ja sehr sehr stark angesprungen ja wie hängen diese beiden player mit einem unternehmen das gleich vorstellst ja aus deutschland zusammen und ja wie siehst du so die lage bei samsung und micro ja also die erholung im speicher chip markt ist geht viel schneller jetzt von statten als analysten gerechnet hatten ursprünglich wurde bei micro und erst für 2026 mit neuen rekordgewinnen gerechnet und die haben die prognose jetzt quasi ein jahr vorgezogen haben gesagt die wir noch zwar schon 2025 neue rekorde feiern können das hat natürlich auch einer samsung jetzt geholfen die haben heute gemeldet dass sie ihren gewinn im ersten quartal gegenüber dem vorjahr verzehnfacht haben was auch hauptsächlich eigentlich nur an der erholung im speicher chip markt zusammenhängt dort haben sie die letzten quartale geld verloren dem bereich und ja wir haben in deutschland diesel tronik und samsung und micron zählen zu den fünf größten kunden von zeltronik zeltronik hat für dieses jahr eine extrem zurückhaltende prognose jetzt herausgegeben wenn ich mir das jetzt mal anschauen die erwarten nur umsatz etwa auf vorjahresniveau und analysten rechnen jetzt damit dass zeltronik sogar ein verlust dieses jahr ausweisen wird nachdem man vor zwei jahren noch 13 euro pro aktie verdient hat letztes jahr sechs euro pro aktie soll dieses jahr ein leichtes minus stehen er sich dann 2025 wieder deutlich erholt hier muss man jetzt mal schauen weil zeltronik läuft immer ein paar monate in der regel so vier fünf sechs monate hinter der entwicklung bei diesen speicher chip herstellern bisschen hinterher und falls sich die perspektiven jetzt schneller auffällen als bislang gedacht könnte das eben auch sehr positiv dann am ende des tages für zeltronik sein dass dort die gewinnschätzung im laufe des jahres dann eher anziehen werden wobei die ja sagen das erste halbjahr wird noch schwach aber es könnte durchaus sein wenn sich dann zeigt dass es ab dem dritten vierten quartal schon schneller deutlich besser wird dann sehe ich da durchaus potenzial bei zeltronik dass die dann irgendwie mal nachzieht weil die hat sich bis jetzt in dem zusammenhang noch gar nicht bewegt weitere große kunden von zeltronik sind übrigens dann eine intel bei der es ja momentan noch nicht so ganz so rund läuft und auch die genannte tsmc gehört zu den größten kunden bei einer zeltronik der notiert auch aktuell unter dem jahr 200 er immer und ja wichtiger und support ist jetzt die 80 euro marke dann die 76 euro 25 und die 72 euro aber ja wie du sagst muss man schauen kann natürlich profitieren aber sollte man vielleicht erst mal ja schauen was da jetzt passiert und vielleicht eher prozyklisch auf den sprung über 87 euro warten aber jetzt zum abschluss werden schon angesprochen gehabt ja an der börse wird wieder regel gehandelt das handelsvolumen nimmt deutlich zu kann er bis aktien nach der legalisierung werden ordentlich gezockt was da so passiert da gibt es natürlich profiteure die ganzen börsenmakler die natürlich sehr starke mitleidenschaft gezogen wurden 20 22 als das ganze sehr stark abgenommen hat da gibt es ja einige in deutschland wer ist hier dein favorit ja also am meisten profitiert und hervorragende zahlen für das erste quartal er hat jetzt lang und schwarz vorgelegt ich hatte in einem artikel anfang märz auf die makleraktien hingewiesen da war die lang und schwarz auch schon recht gut gelaufen und hatte dann erwähnt dass auch eine mwb also mwb fair trade von der ganzen sache profitieren könnte und die ist ging dann noch ein zwei wochen seitwärts und ist jetzt in der vor oster woche um gut 50 prozent im kurs nach oben explodiert sehr schön und ja wir haben neben der mwb fair trade der lang und schwarz noch die bader bank die hat jetzt vor ein paar tagen eine relativ zurückhaltende prognose für das laufende jahr noch gegeben will aber ihren gewinn gegenüber dem vorher verbessern ich glaube da gibt es vielleicht bei vorlage der zahlen zum ersten quartal auch positives überraschungspotenzial die betreiben ja unter anderem auch die börse getex auch sehr stark frequentiert eigentlich von privatanlegern und als letztes bekanntestes mit natürlich auch noch die tradegate wobei die tradegate aktie jetzt so jetzt kaum handelbar ist also da geht relativ wenig ich glaube dafür müsste sich der aufschwung wirklich eine ganze zeit lang fortsetzen bevor bei tradegate dann was passiert aber muss man sich jetzt muss man natürlich dranbleiben makleraktien sind jetzt kein thema für buy and hold oder für ich guck mal in sechs monaten wieder nach das sind wirklich aktien muss man regelmäßig tracken und da muss man schauen wie sich die handelsumsätze entwickeln und die waren im ersten quartal fantastisch sind jetzt in april hinein auch weiterhin ziemlich gut und woran liegt das die leute handeln halt wie verrückt künstliche intelligenzaktien und solche sagen wenn ich jetzt mal schaue meist gehandelte aktien regelmäßig vorne mit dabei eine nvidia oder eine super micro die werden natürlich auch in deutschland dann ab 7 uhr 30 8 uhr bis 15 uhr wild von deutschen privatanlegern dann gehandelt und solange die us-börsen noch geschlossen sind sind die spreads in der regel bei diesen aktien dann noch größer als wenn dann die us-börsen entsprechend offen haben das heißt ja die makler verdienen eben an diesen spreads dass diese spreads reger handel das spielte in wahres geld dann auch in die kassen da bin ich sehr sehr gespannt auch so wie es payment for order flow mäßig ob es da irgendwie den impact haben könnte aber wie du sagst das handelsvolumen die handelsaktivität ist sehr sehr hoch und ich habe gerade mal den chart offen an sich wenn man jetzt länger zurückblickt eigentlich ein sehr schöner aufwärts trend kanal schön auf der trendlinie wieder nach oben gedreht 2020 bis 21 sagenhafte 1258 prozent gemacht dann ging es vom hoch 85 prozent runter und jetzt ja knapp wieder 100 prozent gemacht gerade arbeitet man sich an den 13 euro 65 ab da verläuft auch jetzt der ema 200 also wenn man darüber springt ist der hätte schon gut aus auch die kurzfristigeren emas der 50er und 21er drehen schön stark nach oben also eine unterstützung könnte man sich so bei 1240 bis 1190 mal so im blick behalten diese zone und ja nach oben werden dann so die nächsten ziele ja 16 euro 18 euro also der chart sieht sehr sehr explosiv aus ja man muss aber auch ein bisschen noch im hinterkopf behalten lang und schwarz hat immer noch diese ganze cum ex problematik im hintergrund da droht noch ein zweistelliger millionenbetrag den die zahlen müssen für geschäfte eben in früheren jahren im zuge der cum ex geschichte allerdings haben die dafür auch schon reichlich rückstellungen gebildet die eigentlich ausreichen sollten dass das jetzt nicht mehr zu einer neuerlichen belastung wird aber falls da irgendwas kommt ein urteil fällt oder eine strafe dann fällig wird dann hätte das natürlich kurzfristig erstmal negativen einfluss auch auf die aktie das muss man speziell bei denen jetzt beachten eine baderbank und mwb fairtrade haben diese problematik zum beispiel nicht wenn euch das video gefällt oder das format generell dann gebt uns auf jeden fall einen daumen hoch lasst ein abo da und kein video mehr zu verpassen am besten die glocke aktivieren dann bekommt ihr direkt in der benachtigung und wie immer zum schluss noch mal die frage an dich da gibt es einen favoriten bei dir von den sektoren her und dann vielleicht auch einen von den erwerten innerhalb des sektors ja natürlich ist eine lang und schwarz vorne mit dabei ich halte auch die bader so als nachzügler so ein bisschen da ist jetzt noch nichts passiert vielleicht für so einen kleinen überraschungskandidaten der dann noch mal so ein bisschen zulegen könnte ja und ansonsten eben ja diesel tronics sollte man denke ich nicht aus den augen lassen also da sollte man sich kursalarm auf jeden fall mal reinlegen wie du gesagt hast wenn da mal ein paar widerstände fallen wenn da interesse reinkommt sind das halt aktien die dann auch sehr schnell sehr stark ansteigen können also wir kennen diese zyklik da muss noch mal ein positiver kommentar kommen dass jetzt die nachfrage schneller ansteigt dann besteht das ding schnell mal 20 prozent höher sehr gut dann er wie gesagt daumen hoch und aber nicht vergessen und muss außerdem sehr gerne die kommentarfunktion haben auch einige bei euch letztes mal gemacht und dann kann der sascha da noch mal gerne so eine kleine rückmeldung geben also schreibt uns gerne eure meinung ja spannende werte die wir demnächst vielleicht mal beleuchten sollten und ja dann würde ich sagen sascha vielen dank und bis zum nächsten mal ja dann ich danke dir schönes wochenende euch gleichfalls ich 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 Vielen Dank.